Ja ist klar Mehr hab ich nicht gesagt Oh leck Hatze Ja Stirb Nein Doch Du stirbst Nee Traum Das war Schlechtes aber echt Stirb Stirb Hallo Boah Im ersten Level ist das eigentlich Generell ich glaub das Weil das so einfach ist Ne Flasch? Ne Doch Ich will die Münze da haben Meine Lelelele Lelelelelelele Lelelelelele ist noch leben du kriegst jetzt zwei leben mindestens 9 nein meine münze ich bin ja so nett und speicher ich habe nur noch wie viel leben fünf ja sieben okay ich werde gleich noch fünf haben wenn ich schon gesagt habe ja nein nicht mit dem arsch da dran weil ich hier rüber wollte und dann aber zu tief gelandet bin siehst du also das war jetzt das problem was ich hatte ich habe es dir noch mal da wir aber noch mal zurück cool hoffentlich euer lieblings bösewicht das war nicht mein lieblings bösewicht warte mal doch gut ja cheater ja auch noch eine münze sicher also du weißt schon mal wenn du münzen brauchst gehst du nur ins erste level gehst rein wieder raus rein wieder raus was anderes sind die münze da dann ist dieses mal bananen dabei ja so cheating glaube ich glaube wenn man jetzt noch mal zurück rennen würde und da reingehen würde wieder raus dann würde hier komplett wieder alles mit dem bananen ich bin jetzt nicht glaube wenn jetzt da vorne reingehst einmal da wurde mit dem nasa reingehen kannst dann wieder zurück ist dann müsste auch die last da sein na ja dann auch aber natürlich genau wie eben genau hier in diesem spiel in diesem mini stunden warum ist eigentlich ein einzelne banan weiß ich nicht das haben wir ein möglich aber was weiß ich ist mir auch egal warten warten was dann zu warten müssen so ich komme gar nicht mehr weg ich weiß gar nicht wo die hier der fliegermann ist es auch ziemlich spät glaube ich ja du noch einmal ich noch einmal danach nicht noch einmal das geht relativ schnell also kann ich noch dreimal dran kommen die sind meine springskills voll gerade im arsch 12 und kam ich diesmal so hoch ja sicherlich das war gut vielleicht das hast du gut gemacht normal aber das ist eigentlich nicht so stimmig ja den will ich aber nicht noch mal machen was auch man warum ist denn jetzt die westportale so er will schon den boss zweimal machen den ersten kann ich zweimal machen aber die ich bin gar nicht und dann gehst du jetzt wieder zurück oder könnte es ja noch bananen vergessen haben habe ich auch vielleicht eine münze noch ja ich habe die vergessen sicherlich ist jetzt einfach beide ratten sterben müssen so glück mit den doofen ihr glück mit diesen doofen leuten hier im spiel ich auch schmeißen rein schmeißen rein schade du 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 schmeißen rein tötet dich selbst also tötet dich wenn die ganze zeit nichts passiert bring dich um halt die fräse die dr bothered die kommen denn das weiß ich auch nicht zwei zufällig nur darauf ja das bist du eventuell aber nur rein eventuell vielleicht gerade gestorben das weiß ich nicht also ich habe irgendwie so ein so dote gehört ich habe vergessen zu saven nehmen einfach nur zu schnell ran unter dieser biene wollte eigentlich nur dixie holen sag ich mir auch immer sie geht doch einfach da dran danke jetzt wird sie nicht reingesprungen ne vorher bin ich auch viel zu weit gesprungen ja warum wohl weil ich einfach zu gut bin für die spiel vielleicht weil du einfach zu blöd ist die sind der hammer finde ich aber jetzt die waren voller spiel aus die mann spiel authentisch jetzt habe ich aber auch mal wenn du spielst warum ist das ja so banane ist eine banane mann 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 über das hier schon eine banane mit zwei beinen zwei händen was zwei abend zu händen was denn jetzt ich probiere es einfach julika polo 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 und damit müssen wir sagen bis zum nächsten mal bei danke kommt country zwei dds conquest mit dem flash leider will nicht mehr